Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Darfes. Heute gibt es ein neues Video, und zwar wieder Valorant. Und natürlich, wenn ich Valorant spiele, ist der Herr Felix da. Servus. Servus. Ja, der alte Felix ist wieder da. Ich würde sagen, starten wir die Runde, oder Felix? Jo. Mehr Elan! Mehr Freude! Ja, muss ich sagen! Ja! Das höre ich, weiter geht's, rein da! So, ich nehme wieder meinen Cyber-Champion, welch den geil find's. Ja, nee, das Problem ist, dass mein Headset zu groß ist und echt schon ein neues, wo ich auch kein Geld dafür gerade im Moment hab. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt einfach einen Schal um meinen Kopf mit dem Headset gebunden. Ja. Wohin? Wohin? Komm, wir gehen 10. 10? Okay. Ich lauf gehabt bei dir, oder? Ja. Alles gut. Viele Gegner bei dir. Das geht auch. Hohin wir da ran. Gegner bei B gesichtet. Ich glaube, wir müssen echt was in deinem Crosshair machen. Bin ich ehrlich. Oh. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Aber es war ein nice Shot, also... Äh, komm. Ich bin beide drin, oder? Ja. Das ist 2 gegen 2. Kann ja immer sein, was... Was ist das für ein Pelz? Ja, das ist das, was ich meine, was ich hier oben hab. Das ist ein Schal. Weil das, 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 wie Headset runterrutscht. Das seh ich. Ja! Jawoll! Ja! Felix! Classic? Holy shit. C? Immer wohin? Ja. Wen sehe ich wohl zuerst? Eins. Ein Geschenk. Ey, Raze is slow. Oh. Digga, sind alle rund, oder? Jawoll. Okay. Die waren alle Kills, oder? Der Hatcher von mir war auch schön. Jawoll. Links, oder rünke war. Neben. C. Pass. Danke. Lade nach. Klappte sind. Ah, scheiße. Ich hab' ich verkackt mit einem Gläsch. Egal. Muss ja nicht sein. Das ist eine gute Stelle. Ich glaube, wir haben keinen Bock mehr auf den Tee. S. Sparen. Oh. 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 Nein, 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 so. So, kurze Fehler gemacht. Ich komme dich holen, Sabine. Oh, ja, ja, nein. Die haben keinen Bock da, wo wir sind, haben die keinen Bock hinzugehen. Ja. Wir würden einfach jedes Mal woanders hingehen. Jo. Oh, wir sind hinter dir. Oh, noch immer ein Gedanke. Ist schon tot. Was? Felix, du bist der Hester. Okay, so geht es natürlich auch. Habe ich wieder zu schneiden, oder? Das stimmt. Na, Spaß. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde dran, oder? Alles nochmal Glück. Bei Felix, wir machen jetzt noch eine Runde, weil, man ist ja auch zu kurz, oder? Also, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder, bis gleich. So, Leute, jetzt nimmst du in der Runde. Ich habe hier Chamber. Felix, was sagst du? Die Runde gewinnen wir die? Die vorige? Wahrscheinlich. Dann ist gut. Wohin, geh mal. Wir gehen mit dem Spike, mit dem Syngrad Attacker. Okay. Ich habe hier noch gesagt, du hast vier Sheriff Shots, du kaufst sie denn nicht immer. Aber ich habe mir dieses andere Teil geholt. Ja, ich weiß, aber du hast einfach Free Sheriff Shots geholt. Nächste Runde dann. Stand rechts, da rechts, rechts. Ich bin schon tot. Das haut aus. Habt ihr nun mal gebraucht? Ich mache jetzt einen Ace. sehr sicher sogar jawohl jetzt zufrieden ja konzentriert euch ausnahmsweise mal nicht auf mich hier 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 Was ist das? Was ist das? Hat jemand Geld? Okay, Felix! Ich hab selber kein Geld. Ich brauch aber Waffe. Okay. Wohin? Viel Glück, meine Freunde. Wohin Felix? Ich hab mal nach. Wieder B. Das ist eine gute Stelle. Was? Junge, das ist immerhaft. Äh, pass auf, ne. Ja, genau. Das ist das für dich, da. Oh! Was macht die allein A? Hallo? Oh. Das klappt ja, du mein Agent, dann spiel ich noch Scheiße. Skandal. Aber echt. Wow. Blockiere die Sächte. Der Whip is real. Super. Wenn man nicht spielen kann, ist aber das los, oder? Alter. Alter, den Tipp zuzugucken, tut weh. Au. Ich werde das letzte sein, was Sie sehen. Diese Glückspilze. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Komm, wenn Sie. Ich brauche Geld. Auf dem Werk. Was macht das jetzt kurz? Du, 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 du. Fuck. Kein Entkommen. Spike in Arm. Oh, was verdammt ist das für eine Waffe? Seine Runde. Ach, die, ja. Sie werden sich beugen. Alles meins. Letztes Erlebnis. Wow. Junger, warum sind die alle so gut? Warum überlebt die ganze Zeit, können wir uns darum unterhalten? Ja, ich weiß auch nicht, was die für Probleme haben. Warum? Spike hat es immer noch nicht genommen. Durch, wo der Spike steht, normal. Oder nicht. Ich sammle da den Luft. Das ist das. Sie sind nicht besser als ich. Hey, ich bin echt angepiss. Sonst hat der viel Waffe, weil es auf dem Laser. Stehle die Sicht. Nehme ihm die Sicht. Gegner sich. Was ist in der Mitte? Unser Spike-Reiter ist tot. Spike in Mitte. Letzter Leben der Verbündeter. Felix, du darfst das. Meine Ult ist bereit. Warum muss ich das nicht allein machen? Du bist der Beste für uns. Nach mir. Warum sind alle in der Mitte gestorben, bitte? Weiß ich nicht. Junge. Die Camper wieder am Start. Helix. Lass euch immer die Lächeln nicht in die Irre führen. Ich nehme das hier sehr ernst. Helix. Hm. Na so ist. Wir sollten gewinnen, wissen wir das. Ja, geht schlecht. Hast du jetzt ne Operator? Ne. Wenn ich an jetzt so schnell ne Grieche. Wenn wir weiter so verlieren. Hau doch, auf geht's! Hau doch. Oder... Ich hab grad den Heldschild gemacht, halt dein Maul. Außer wenn wir... ...haben wir drei... ...vier Duelist und keine Endsicht. Also, what the fuck. Junge... No Info und so. Super. Da ist einer. Hinter euch ist einer. Also. Achso, ne. Warte einfach, warte einfach. Der reloadet jetzt. Oh, der hätte jetzt nicht reinrennen müssen. Oh, ja. Okay, gut. Hopp. Manche sind in seinem Ding drin, aber. Fang. Ich sehe, dass jetzt jeder B geht, wenn ich vorher alle B, wenn ich vorher Läh B war. Gut. Oh, ja, bitte. Oh, ja, bitte. Ah, verdammt. Spike platziert. Wow. 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 Der Typ trifft aber noch weniger in Shot. Und der eine ist afra. Gute Voraussetzungen. Mhm. Dann schlaut's, ja. Ziel ausgeschaltet. Augenzug. Letzter Lesen der Verbündeter. Ich würde sagen, wenn der jetzt noch überlebt, ne, der tut halt keine Munition mehr. Ich würde sagen, dass sich zu retten lohnt. Oh. So. Die kommen von da drüben. Das ist eine gute Stelle. Oh. Warte, warte, ich komm. Oh, wir müssen ab. Stehle die Sicht. Er ist low, ist sehr gut. Spike in Mitte. Ach, verdammt. Oh, ich komm, die Tante von hinten nieder. Oh. Nie immer. Immer irgendeiner von hinten und vorn. Felix. Das magst du. Das magst du, oder? Was ist das? Keine Bange, ihr gewünscht. Ach, Spaß. Ja, nein. So, ey. Vielen Dank, das war's mit der Folge. Wir sind einmal kurz gewonnen, einmal nie. Wir sind rund bei 30 Minuten. Bin ich glücklich bei der rund 30 Minuten der Folge. Felix. Digga. Boom. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, oder? Ciao, ciao. Oder willst du was sagen, Felix? Nö. Okay, bis dann. Ciao.